Oder fast. Wäre was fun. Wie mache ich das Ding jetzt wieder zurück? Mein Hals tut weh, mit Z. Oh, mein Hals! Der Zutschi ist halt. Diese Schmerzen. Alter! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Ich kann das leider nicht alles mit dem Stand, weil ich dann so gerne habe, aber ich... So, was kommt man jetzt? Ah, schau mal nur. Oh mein Gott! Warte mal! Warte mal! Schieb dieses Ding herum, bitte! Und so mit der Physix Gun! Ja! Einfach herumdrehen damit! Irgendwo wohin! Schieß es in die Luft! Kannst du es hochheben! Ja, das muss ich nur noch klippen! Kann das... Das kann nach oben gehen, ne? Nee! Ja... Das kann man drehen! Ja! Wuhuuu! Nein, oh! Hufu, mein Gott! Ich mach's nur! Du meinst bei euch! Mach gar nix! Das ist kaputt gemacht! Nex! Äh... Ja, tolle Rainbow-Machine. Rainbow. Ah. Upsi. Kannst du das bitte wegmachen? Was ist das? Das ist ne Rennbahn! Ja. Aber ich könnte das bitte wegmachen. Ja, genau. Am Boden machen. Ich füge hier weiter raus. Ja, geht es raus. Ich sage, es gibt auch Wunsch an den Deklitten Staat. Und zwar gibt es Fahrzeuge dafür. Ich würde sagen, wir fangen hier an. Das ist hier oben, Moment. Ach, hier ist nichts. Ja, gerade, ja. Gut. Gut. Ja, ich will. Gut. Are you ready? No! 3 2 1 GO Keine Ahnung wo die Strecke hier weiter geht Sicherlich eine gute Idee aber irgendwie ohne Zusammenhang Schon voll oh mein Gott Oh mein Gott ich weiß nicht wo ich hier lang kam Testen wir nach Ei Auf der Gerade Oh Enge Kurve Oh da fährt er vorbei Toll Soll ist der Kurve geflogen Und Links herum Oh Oh knapp Oh Gott Oh nein Oh nein Schlecht sehr schlecht nein Oh 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 Bist du bereit, Gregor? Kier, meinst du dritter! Ach komm, setz dich rein! Naja, ja! Alter, ich bin da nicht mal hinten drinnen! Super! Das sieht lustig aus! Uff! Dass er das so sehen soll! Das Teil hält nicht mehr an! Bleib drauf, ich stoppe, ich stoppe, ich stoppe! Oh Gott! Das wird weh! Ja... Oh Gott! Ich bin so ausgestiegen und für einen Moment, für einen Moment stand ich still! Und... Weißt du was zum Ding ist? Ja, im nächsten Moment kommt das Heißler vorbei und nimmt mir mit! Nächstes! Okay, der Pedobeer, den kann man nicht spawnen! Hä? Okay! Hey! Hey, nice! Ey, was ist denn das? Ein Flugzeug! Warte, ich hab ne Idee! Warte, 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 warte! Komm, komm! Wir machen ein Rennen! Bereit? Ey, mein Ding geht mir vorne immer weg, wenn ich Gas gebe! Moment! Wenn ich Gas gebe, macht meiner nämlich gar nix mehr, Momentan! Ja! Gib Gourmet! Hey! Hey Krieger, Krieger! Weißt du was? Komm her, guck her, guck her! Krieger, guck her! Ja! Winning! Wow! Hemmung! Okay, was ist das für ein Flugzeug da? Ich weiß nicht, ich will nicht ganz so nichts haben will! Und sie willst es haben? Was steht eine Beschreibung? Was sind die... Hey, warte, was?! Kann ich jetzt bitte in die Luft geben oder... Kann ich ein bisschen in die Luft geben? Na ja! doch oder weil die saufest du nicht zu verfolgen das aber da und 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 ich soll nicht das okay bis dahin aus dem ich bin wohl die Hehehehehe Dann was haben wir noch Sandy the Jerome Transformer? Ehh ja Harrow Breen Breen Opsi Kannst du das jetzt wegmachen? Ich mach da Oh Prepare For Your Doom Ja Ah ja, ich Ich mach mal ein Nickerchen, ne? Das Ding hier heißt Funny Face Scout Version 2 Ehh Das ist aber glaub ich nix zum Zocken oder? Nein Ich kann gehen Ich kann gehen Hehehehe Oh mein Gott Albert Sperf du Eisgrindfutter Hehhhh Es wird dich Nein